Wladimir Putin erklärte, dass die russischen Truppen in der Ukraine ihre Positionen in alle Richtungen jeden Tag verbessern und dass die militärische Offensive Moskaus im Land wie geplant verläuft. Die Kommentare des russischen Führers kamen kurz nachdem das ukrainische Militär behauptete, es habe die russischen Streitkräfte in der Stadt Wofschansk in der Region Kharkiv teilweise zurückgedrängt. Moskau begann am Freitag eine intensive Offensive in der Region Kharkiv nach wochenlangen Spekulationen, dass sich Russland darauf vorbereite, dort eine neue Frontlinie zu etablieren. Die Städte Wofschansk und Lübze scheinen das Zentrum der Offensive zu sein, wobei letztere Russland die Möglichkeit bieten könnte, Kharkiv unter Artilleriebeschuss zu nehmen, wenn sie erobert wird.